Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Ich habe den Kanal von dem gleichen Nerden oder heute. Pfff. Warte mal, warte mal. Hm. Okay, go, schalte, schalte. Du kommst uns geboren. Warte mal. Ran... RANDOM... Playgrounds. Alle hassen ihn. Er sagt zu mir, verpiss dich von meinem Haus. You're my friend. Oh mein Goooood. Oh mein Goooood. Ciao Liloite, wir haben die perfekten Nerden gefunden. My friend! Oh mein Goooood. Where are you doing? I will kill you. Komm hoch! Komm hoch! Was? 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 Hier kommen! Was ist das, was ist das, was ist das? Oh, 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 oh. Ist für den Meckay, ja. Ich verstehe nicht. Ja Leute, ich habe Aim-Bot. Ich bin ein Hacker Leute. Klar wisst ihr doch. Wisst ihr doch alle Leute. Guckt, ich mache jetzt meine Aim-Bot-Hacks an. Warte. So, jetzt meine Aim-Bot an, ok? So, meine Aim-Bot ist an. Ok, ok, ich gehe mit dir. Aim-Bot ist an. Seht ihr das Leute? Ich treffe jeden Schuss. Klar. Nein, nein, nein. Kein, Kein. Kein, Kein. Kein, Kein. Wir haben Aim-Bot. Ja, ihr seid. Wir haben Aim-Bot? Ja. Yes. Clearly. I have Aim-Bot. Hm? Ah! Er sagt einfach zu mir, ich habe Aim-Bot. Cool. Ah Leute, sowas ist witzig. Ich bin nicht drin. Nein, nein. Ich aber einfach zu kämpfen. Ist dir ein Erang-Bot? Ich bin einfach runter und sterbt. Oh, low. Ich bin so low eh. Nein, bitte nicht. Was ist wichtig? Nein, du kannst mal den ganzen Looten tracksieren. I have Aim-Bot! Ja, ich kann Ja, ich kann Ich kann Ich kann Please report me Klar Oh mein Gott Halt auf Ja My friend Please No, 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 please Ich bin ein Hacker? Was hat er jetzt gesagt? Er hat irgendwas gestoppt und... HACKER! HACKER! Blut! Team 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 Team! Go down and get your loot! No 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 no, Blut! Team Team! Blut! Ich sehe da jemanden, der möchte unbedingt abgeknallt werden! Unbedingt! Um den Typen kümmere ich mich erstmal! Der möchte nämlich unbedingt abgeknallt werden! Guck mal her! Guck mal her! Ah! Äh! 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 Dude! You killed me! Oh! 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 Ah! Gut! Ey! Okay No mate Yes My friend, I won't win in the game Please Oh, nicer play Cool Ey, so was feiere ich Leute, ohne schweiß so feiere ich richtig Ey 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 AAH 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 What? You have aim with I? I... I want to... You will repop me? No No No? I want... I want to win in the game No 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 I got a refund I want to win in the game Ich will... Ich will... Ich will... Wo ist der Default? Mein Freund, nicht töten mich, okay? Okay? Was? Nicht töten mich, okay? Ihr Default, ne? Nein, 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 nein! Leute, ich weiß ja ganz genau, dass er nicht der Default ist, oder? Komm, wir müssen ihn nur ein bisschen trollen. Also, das ist ja, Leute, an alle Leute, die das jetzt hier sehen und denken, ich bin voll auszusehen. Ähm, Leute, das ist einfach nur für ein Video. Also, ich möchte jetzt dazu keinen auffordern, jetzt alle möglichen Leute zu nerven im Playground. Oh, nice! Nice! Hey! 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 The Default! The Default! Da kommt er! Leute! Äh! Was ist mit deinem... Ich hab kein Material! Yes! Yes! I have aimbot, yeah! I want to go... I want to... I want... You want aimbot, too? Mmm. Yes! No! God! No! God! Please! No! 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 Yes! Yes! Aimbot is not good, you can get banned from there. Okay So I can get banned from for for hacking because I have aimbot Okay Auf jeden Fall Oh, was soll man sagen? Ich bin jetzt so 12 Minuten am Start mit den Leuten hier Bisschen building Come, let's go, come I don't know where you are Okay Okay, da oben ist ein Madkit I don't know where you are Also Leute, schreibt mir mal bitte in die Kommentare Wie alt schätzt ihr diesen Jungen hier? Ich weiß nicht, wie alt der ist Also ich schätze ihn meistens auf 9 Jahre alt oder so Alle höchstens Aber ja gut Und ihr könnt ja mal einfach in die Kommentare schreiben Wie alt ihr ihn schätzen würdet Oh, ein Flugzeug No No Kein Flieger Flieger ist richtig asozial Mach auf mit Fliegern My friend I want aimbot You want aimbot too You want aimbot too I want aimbot You want aimbot You want aimbot? I am at Salty Springs I am at Salty Springs Oh Hahahaha Habe sie denn gekriegen Nooo Oh Gott Oh Gott Oh Gott Jetzt kommen sie beide auf mich zu Ich weiß Ich weiß Es ist so klar Wollen sie mich jetzt weiter tot spammen? Don't Don't shoot it up Don't shoot it up Yeah Yeah Okay No 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 So kill me Here kill me Kill me Goodbye Bye Bye I want I want Keyboard Keyboard You have keyboard? I have a keyboard Yeah And I have aimbot Leute das ist so witzig No place loot Okay? I don't take your loot Go away Oh mein Gott Es war so klar Es war so klar dass ich mich angreifen möchte I want to loot Let's go It's so So Jörg! Nicht das Lied! Was ist das? Oh Gott, ich glaub der Typ ist ein bisschen gelerbt von mir. Aber na gut. Ist halt für ein Video, Leute. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein! Ich gebe dir Geld! Nein! Das ist der Lied! Komm, spring hoch! Geh hoch! Geh hoch! Geh hoch! Ja! Wait, wait, wait! I want that loot! You got your loot! Ja! Pass auf! Oh Gott! Bye! Bye! What is your name? What's my name in real life? What? My name in real life or my name in Fortnite? Real! Wait, wait, wait! What are you? What are you? I am a human! I am a human! I am a human! What? I am a human! I am a human! I don't know. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wait, I want that. Tina hit! Oh Gott! No, 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 no! Wait, my friend, wait! Wait, wait, wait! Wait, my friend, wait! I am a human! I am a human! I am a human! I am a human! Oh, okay! Oh! Oh! Okay, Leute! Das war's von dem heutigen Video. Wenn's euch gefallen, dann lasst ihr gerne mal ein Like, ein Auge und ein Haar vor. Bis dahin da rein und tschüss! Achso! By the way, Leute, ich hab natürlich kein Nameboard. Ihr seht das ja auch. Ihr wisst das genau, da ich keine Ex benutze. Und ja. Bis dahin da rein und tschüss!